Kennen Sie das? Sie haben mehrere Geräte und für jedes Gerät einen separaten Vertrag und eine andere Rufnummer. Das ist mühsam und teuer. Dank Multidevice gehört das jetzt der Vergangenheit an. Multidevice ermöglicht die Nutzung von mehreren Geräten mit Ihrem InOne Mobile Abo mit einer Rechnung und einer Rufnummer. Denn die Zahl der vernetzten Geräte nimmt markant zu. In meinem Fall sind das ein Smartphone, ein Tablet, ein Laptop, eine Smartwatch und ein Tracker. Und was Multidevice alles kann, das zeige ich Ihnen jetzt. Zum Beispiel können Sie gleichzeitig auf Ihren Geräten surfen. Und das ganz unabhängig voneinander. Ohne WLAN oder Hotspot. So profitieren Sie von der vollen Surfgeschwindigkeit Ihres Abos und schonen Ihren Smartphone-Akku. Zum Beispiel können Sie auf Ihrem Laptop Swisscom TV schauen und gleichzeitig auf Ihrem Smartphone surfen. Ausserdem haben alle Ihre Geräte dieselbe Rufnummer. Martina, kannst du mich kurz anrufen? Cool, oder? Praktisch ist ausserdem, dass Ihre Geräte unabhängig voneinander funktionieren. Wenn Sie Ihr Smartphone zu Hause vergessen haben oder nicht zum Sport mitnehmen möchten, dient Ihre Smartwatch als Telefon. Und das Geniale, das Verbinden der Geräte ist super einfach. Legen Sie die SIM-Karte in Ihr Gerät. Klicken Sie auf den Link im SMS und wählen Sie im Cockpit die gewünschte Multi-Device-Option. Hat Ihr Zusatzgerät kein Display? Kein Problem. Über cockpit-swisscom.ch können Sie Ihre SIM-Karte dank dem aufgedruckten QR-Code ganz bequem mit Ihrem Vertrag verbinden. Und mit eSIM geht es sogar noch einfacher. Einfach Ihre Rufnummer eingeben. Im Cockpit die Verknüpfung zu Ihrem Vertrag bestätigen und loslegen. Genial, oder? Das ist Multi-Device von Swisscom. Mehrere Geräte, ein Vertrag, eine Rufnummer und eine kinderleichte Inbetriebnahme. Und der hier, der muss jetzt noch ans Katzenhalsband. Micky! Pss, 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 pss. Mmm, la la la.